abschlusstechnik und verhalten scoring hier positionierung wie man sich in abschlusspositionen bringt mit timing und wie die körperposition ist hier sind alle diese faktoren wichtig wir schauen patrick mendelin der durchläuft hier gegen finlands ehemann deckung betontes system normalerweise und er findet einfach eine lücke dort wo er nicht markiert wird man sieht dass tatouanen schon besetzt ist von von maurer und die anderen zwei finden denken wahrscheinlich dass der andere ihn markieren soll er findet diese mit seiner positionierung diese lücke wo er den ball bekommen kann ist auch die körperposition wie er wie offener ist zum spiel damit er einfach direkt abschließen kann